Hola amigos, hier sehen wir Xavier Demestre und Rolando Vilasson. Und wir haben gerade den ersten Teil unserer Aufnahmen fertig gemacht. Es ist ein super Programm und wir freuen uns, dass wir das zusammen für euch spielen und singen. Wo? Schleswig-Holstein Festival, Rheingau, München, Hürgert, Freiburg und Vierabendorf. Und viele andere Orte. Also bis dann. Abrazos! Wir freuen uns. Jawohl!